So, jetzt mal was ganz anderes. Ihr seht's gerade, die Hühner werden aggressiv. Wenn ihr das Huhn einmal anschießt und es lädt noch, bekommt es einfach einen Anfall. Ihr seht's, das Huhn greift an. Vorher immer freundlich weggelaufen, aber jetzt greifen sie einfach an. Also total bescheuert eigentlich. Aber denkt dran, passt auf, nicht dass es euch tötet. Also die Hühner inzwischen auch ein bisschen aufpassen, aber ich sehe jetzt immer noch keine Chance, das Huhn. So, dann würde ich sagen, nur ein kleines Infovideo, also passt ein bisschen auf, was die Hühner betrifft. Und in dem Sinne gönne ich mir jetzt erstmal Medikit, macht mich auf zur nächsten Aufgabe und haut rein.